Fakt ist, der größte Arbeitgeber im echten Norden ist die Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Teamarbeit bei der Polizei ist super wichtig, weil wir uns auf unseren Partnern hundertprozentig verlassen müssen. Die Polizei bietet Vielfältigkeit an aufgrund unserer Aufgabenwahrnehmung. Beim Land habe ich sehr viele Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, fortzubilden und auch aufzusteigen. Auch gerade diese wichtigen Aufgaben vom Verbraucherschutz bis hin zum Umweltschutz werden hier in Angriff genommen. Und gerade diese sind wichtig für die heutige Gesellschaft. Dadurch, dass der Arbeitgeber Land Schleswig-Holstein so flexibel ist und einem diese Möglichkeiten bietet, dass man Teilzeit arbeiten kann, dass man aus dem Homeoffice arbeiten kann, ist es sehr einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Komm zu uns in die Landesverwaltung Schleswig-Holstein.